Was geht ab meine Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Ja, Bitcoin weiterhin in der Konsolidierungsphase. Wir haben leider den erhofften Drop noch nicht bekommen. Ob der noch kommt, wie wir jetzt im Endeffekt die nächsten Trades möglicherweise angehen, auch zwecks möglichen Shorts sogar. Ich bin wirklich am überlegen, ob wir hier doch nochmal einen Short probieren jetzt in den, vielleicht in den nächsten Stunden. Es geht Richtung Wochenende, haben wir ja gestern schon mal darüber gesprochen, welche Alternativen wir haben. Aber ob wir gegebenenfalls doch nochmal einen Short eingehen und wo unsere nächsten Long-Positionen jetzt erstmal warten. Das schauen wir uns auf jeden Fall im heutigen Video an. Wir werden natürlich auch auf Ethereum schauen, mal einen ganz kurzen Blick auf Gold und ich möchte ganz kurz noch einen Blick auf den DXY starten, also auf den US-Dollar. Schauen wir uns auf jeden Fall jetzt alles an, doch bevor wir starten, lasst dem Video wie immer gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe reinschauen, wenn ihr Bock habt auf Updates, News etc. pp. Kommt da gerne rein. Wenn es irgendwelche Trades gibt, erfahrt ihr das auf jeden Fall in einer von dieser Gruppen sofort. Link ist unten in der Videobeschreibung. Natürlich alles for free. Gut, und damit würde ich sagen, gehen wir direkt rein in die Analyse Bitcoin bei 30.000 US-Dollar. Wir hatten gestern so einen leichten Abverkauf, so auf 29.500 oder 29.550 grob. Leider nicht tiefer gegangen. Wir haben aber auch noch nicht hier diesen Plan, sag ich mal, fortgeführt, dass wir hier nochmal ein höheres Hoch reinkriegen. Ich vermute weiterhin, dass wir uns zumindest dieses Hoch noch einmal holen werden. Zumindest, weil hier doch sehr, sehr viel Liquidität immer noch oben auf uns wartet in diesem Wig. Und der sollte auf jeden Fall noch gefüllt werden bei diesen 30.800 US-Dollar. Was wir jetzt auch noch so ein bisschen bilden. Ihr wisst, auch kein Fan von Bullflex oder so. Aber es wäre eine Option, dass wir hier langsam aber sicher so eine kleine Bullflex bilden, die sich jetzt, zumindest in den nächsten Stunden, nochmal so ausarbeiten könnte, dass wir doch nochmal runtergehen Richtung 29.300 US-Dollar. Würde sehr, sehr gut mit dem 0.236er FIP-Level passen und einigermaßen gut zu dieser Ineffizienz, die wir hier noch haben in diesem Pump, den wir hier zumindest gebildet haben. Also es ist nicht unwahrscheinlich, dass wir diesen Bereich jetzt einfach nochmal testen, so in den nächsten Stunden. Und dann aus dieser Bullflex vielleicht unser Fake-Out kriegen. Heißt, dass wir uns dieses Doppeltop hier oben holen bei 30.800 US-Dollar, die Liquidität da drüber fischen. Vielleicht ziehen wir auch noch ein bisschen höher auf 31.1, aber das ist so momentan jetzt mal der Hauptplan, den ich mir jetzt heute für den Freitag vorstellen könnte. Auch aufgrund dessen, wir haben gestern schon mal darüber gesprochen, was unsere Psy-Range einem belangt. Und die wird normalerweise immer im Laufe der Woche wieder grundsätzlich gefüllt oder zumindest bis spätestens Anfang nächster Woche. Und da haben wir immer noch unser einerseits Golden Pocket bei den 27k, wo halt die Überschneidung ist. Wir haben die Psy-Range, wir haben das Last Week High hier auch noch in dieser Range. Also es ist nicht unwahrscheinlich, dass wir auch in den nächsten Tagen dann eben nach möglicherweise diesem Fake-Move dann unsere Abwärtsbewegung auf jeden Fall in den Markt bekommen. Vielleicht halten wir das noch bis Montag übers Wochenende. Vielleicht, dass heute gar keine News mehr oder sowas kommen. Es ist auch die Newslage sowieso diese Woche sehr, sehr dünn gewesen. Volumen geht aber langsam zurück. Kleine Bullfleck, die dann eben dieses Fake-Out bedeuten würde. Mit einem möglichen Short-Setup dann hier oben bei diesem M5 auch. Bei diesen 31.100 US-Dollar, vielleicht gehen wir ein bisschen eher rein vom Risk here. Wenn wir uns das mal ganz kurz angucken, ich mache gleich den Indikator weg, dann sieht man es nochmal ein bisschen besser. Wären so 1,3 bis 2,18 Prozent, die wir hier eingehen würden circa. Für den Short finde ich ein humanes Setup. Wir würden auch mit bis 31.500 US-Dollar auf jeden Fall den Stop-Loss drüberziehen. Das können wir uns auch mal so ein bisschen vergangenheitsmäßig angucken. 4 Stunden Time-Frame, wie sieht es dort aus? Wir wissen alle, wir haben bei 32.400 US-Dollar den größten Widerstand einfach noch. Aber auch so diese 31.500, warte, ich ziehe euch das hier nochmal ein bisschen näher rein. Dann haben wir hier halt noch so ein bisschen ein paar Bereiche, die dafür noch sprechen können. Einerseits hier so eine Mini-Ineffizienz, die bei 31.114 liegt. Das war das, was ich gemeint habe mit den 31.100. Und halt hier noch so einen kleinen Widerstandsblock, der dann eben dafür sorgen könnte, bei eben diesen 31.500 US-Dollar, dass wir eben hier drüber auf jeden Fall unseren Stop-Loss liegen. Und dann wären wir so bei grob 2,2 Prozent, die wir dann im Endeffekt hier des Risk eingehen. Also das ist jetzt erstmal so ein bisschen der Short-Fahrplan, den ich mir sehr, sehr gut vorstellen kann. Longen würde ich diese Bull-Flag nicht. Ich möchte jetzt auch ehrlich gesagt nicht den Long, die 25 Prozent, die jetzt noch offen sind, da aufs Spiel setzen und sagen, okay, wir verdoppeln jetzt schon, nur um dann im Endeffekt hier bis vielleicht 31.100 hochzugehen und dann abverkauft zu werden. Am RSI etc. hat sich wenig getan. Klar, RSI ist immer noch im überkauften Bereich, hat sich zwar ein bisschen erholt, aber dieses Doppeltop wäre schon echt nice, wenn wir hier nochmal ein höheres Hoch reinkriegen. Wäre dann auch eine schöne Bearish Divergence auf dem 4-Stunden-Timeframe und natürlich auch in den kleineren Timeframes, die wir uns dann holen könnten und dann in so einer dreiwelligen Abwärtsbewegung nach unten dann, vielleicht übers Wochenende, vielleicht zum Montag oder Dienstag. Warum ich auf den DXY zu sprechen komme? Weil wir hier jetzt einen schönen doppelten Boden gebildet haben. Wir haben es nach der Analyse vom Wochenausblick, wo wir letzte Woche drüber gesprochen haben, nicht geschafft, hier nochmal das Golden Pocket zu erreichen oder die Ineffizienz zu füllen. Aber grundsätzlich der Plan war ja, dass wir hier einen doppelten Boden bilden. Wir haben tieferes Tief gekriegt mit einer Bullish Divergence, deswegen auch der DXY jetzt deutlich, deutlich stärker. Die traditionellen Märkte ein bisschen unter Druck geraten, also auch hier die Höchststände erst einmal so ein bisschen an Konsolidierungsphase. Und da könnte es jetzt eben interessant werden, ob der DXY jetzt hier wirklich übers Golden Pocket kommt und seine Fahrt im Laufe des Tages wirklich noch bis zum mindestens Golden Pocket oder bis zum 0786er hier oben, was ja eigentlich so das grobe Ziel war vom Wochenausblick letzter Woche, dass wir das Ziel erreichen und dann vielleicht möglicherweise erst wieder eine Korrektur kriegen mit einem höheren Tief. Aber das können wir dann morgen nochmal alles im Wochenausblick auf jeden Fall besprechen. Aber das könnte halt die Märkte dann nochmal ein bisschen zusätzlich unter Druck bringen. Wir haben Freitag zuletzt, kamen immer wieder Freitag so ein paar bearish-News und so, die sich dann in der letzten oder in der neuen Woche dann wieder ein bisschen aufgelöst haben. Also heute gilt auf jeden Fall vorsichtig zu sein. Short, wie gesagt, ist auf jeden Fall in Planung. Long vergrößern überhaupt nicht nach derzeitigen Stand. Und wenn wir schon gerade dabei sind, würde ich auch sagen, gehen wir gleich mal rüber zu Gold, weil da hat sich auch ein bisschen was getan. Wir sind ins Golden Pocket eingetaucht, endlich mal. Das heißt, auch hier wurde meine zweite Order jetzt endlich mal getriggert. Ihr seht auch hier das mögliche Setup. Ich weiß nicht, ob ich es noch in die Gruppe stellen soll, weil ich ja immer schon mal was dazu gesagt habe. Plan oder ist auf jeden Fall, die Long-Position wurde jetzt hier bei mir zumindest mal verdoppelt, nachdem wir hier oben schon mal ein bisschen den ersten Entry gesehen haben. Gefällt mir auch sehr, sehr gut. Also wie gesagt, Golden Pocket wurde gehittet. Ich zeichne euch das ganz kurz nochmal hier ein, weil es irgendwie gelöscht worden ist. Ich glaube, das haben wir beim Wochenausblick mal ganz kurz rausgenommen. Da sieht man es also, perfekter Hit. Würde ich mir jetzt wünschen, das würde jetzt eher dafür sprechen, okay, Dollar geht jetzt noch ein bisschen höher. Das heißt, Gold könnte hier noch ein bisschen konsolidieren, um dann, sage ich mal, nächste Woche, wenn der Dollar wieder seinen, in Anführungszeichen, Abverkauf sieht oder seinen kleinen Crash sieht, dass zumindest dein Gold mal hier oben bis ungefähr 1.946 die Ineffizienz dann füllt. Das ist jetzt erstmal so der grobe Plan. Ich habe gesagt, ich halte euch da ein bisschen auf den Laufenden. Also Gold Order wurde getriggert. Perfekt im Golden Pocket. Und jetzt muss aber auch hier mal wirklich eine Erholung stattfinden. Gut, das war es jetzt erstmal so zu Bitcoin, DXY und zu Gold erst einmal. Also Bitcoin brauchen wir jetzt auch nicht näher drauf eingehen. Weiter, wir gehen rüber noch zu Ethereum. Ethereum hat sich jetzt erstmal hier oben den Bereich, da haben wir glaube ich gestern schon mal drüber gesprochen, genau, weil ich jetzt hier auf Startup gucke, wann die Candle hier war, dass wir jetzt hier erstmal in diesem Widerstandsbereich drinnen sind. Auch Ethereum gerade momentan in so einer kleinen Bullflag. Wir schauen uns das Ganze auf einen 1-Stunden-Timeframe an, schauen uns hier mal ein bisschen so oder ziehen die beiden Linien für eine Bullflag. Da wären wir jetzt sogar schon ein bisschen ausgebrochen. Ist jetzt nicht die Muster Bullflag, muss man natürlich auch dazu sagen. Sieht jetzt nicht wunderschön aus, aber grundsätzlich stimmt. Wir sind hier schon ausgebrochen. Ich erwarte auch hier, der übergeordnete Fahrplan bleibt mindestens das Golden Pocket, deswegen machen wir den mal beiseite. Aber der Fahrplan bleibt vielleicht noch, huch, das wollte ich auch nicht. So, jetzt aber. Dass wir uns hier zumindest das Doppeltop hier erstmal holen, Richtung 1940 oder 1950, dass wir hier auch ein bisschen überschießen und dann halt eben diesen Korrekturfahrplan erstmal einhalten. Also genau das gleiche Spiel wie bei Bitcoin. Wir haben hier nur noch ein bisschen das Problem bei Ethereum, dass Ethereum noch deutlich überschießen kann. Also ich würde hier Ethereum erstmal auch ein bisschen Seitenlinie bleiben, jetzt nicht den Short, den ich jetzt hier gerade genannt habe, nehmen, sondern vielleicht sogar hier oben in Richtung 2000 US-Dollar schielen. Wäre eine komplette Übertreibung eigentlich, weil es nicht zu Bitcoin passen würde, wenn wir jetzt bei Bitcoin nur bis 31.1 hochgehen, wobei halt Bitcoin auch schon ein bisschen mehr korrigiert hat, dass wir bei Ethereum hier Richtung 2000 Dollar gehen. Es ist eine Möglichkeit, deswegen müssen wir hier ganz genau die Chartstruktur erstmal mal anschauen. Kein Short, bevor ich nicht bei Bitcoin Short gegangen bin, weil mir das Risiko hier einfach komplett zu hoch ist. Wir schauen uns das mal prozentual an. Wenn wir am Hoch reingehen, wären es mindestens 3%. Wir brauchen aber einen Stop-Loss darüber, das heißt, da sind wir schon bei 4%. Viel zu viel, meiner Meinung nach. Deswegen grober Fahrplan. Ja, ich möchte hier auf jeden Fall das Überschießen sehen und gleichzeitig Bitcoin im Auge behalten. Dann könnten wir hier theoretisch zwei Shorts machen. Volumen geht raus derzeit bei Ethereum, spricht aber auch dafür, okay, der nächste Move sollte in den nächsten Stunden dann früher oder später auf jeden Fall folgen. Gut, dann würde ich sagen, war es das für das heutige Freitag-Update. Wenn ihr irgendwelche Chart-Wünsche habt oder sowas, schreibt es unten gerne in die Kommentare rein. Würde ich mich riesig darüber freuen, weil jetzt wieder Altcoin-Wünsche, wie gesagt, ich nach und nach angehe. Heute Nachmittag kommt auf jeden Fall XRP-Update-Video, wie jeden Freitag. Und die neue Folge bei Crypto & More, wenn es laden würde, kommt dann auch online. Late anscheinend nicht so wirklich. Egal. Auf jeden Fall, die neue Podcast-Folge kommt heute Mittag auch um 12 Uhr online. Wird wieder eine interessante Folge. Danke für euer Feedback, auf jeden Fall für die letzten Folgen. Sehr, sehr viel positive Resonanz, die sich auch privat bei mir gemeldet hat. Also freut mich auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, Like da lassen, Abo da lassen. Wie gesagt, Telegram, Talk und Signalgruppe. Join me, wenn ihr Bock habt auf Updates, News etc. PP, kommt da gerne rein. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen Start in den Freitag. Genießt das Wochenende, verbringt nicht zu viel Zeit vorm Chart, aber guckt das Video zu Ende. Und dann war es das von mir. Wir hören uns später wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay quick. Lieber dich, bist du ganz viel Zeit. Untertitelung des ZDF, 2020